Hi Leute, nun sind wir in Aram und Starrius ist endlich befreit von seiner Bürde, Vladimir zu spielen. Ja, ich hab mich ein bisschen angestellt, aber... Moment, warum muss das Vladimir spielen? Da ist auch noch der Rikulat! Hallo! Und keiner von euch ist in der vorgeschlagenen Spielerliste. Denn die Larandier haben wir auch dabei! Hallo! Wir sind nicht vorgeschlafen, wir dürfen doch nicht mitspielen! Okay, starten wir das Spiel! Heute mal alle vier! Jo, wir sind da nicht vereint! Ja! So, bin auch schon gespannt, wie das jetzt wird, welchen Champion ich bekomme. Ich hoffe ja, ich kriege Thresh! Ich hoffe, ich bekomme nicht Vladimir! Wieso musstest du Vladimir spielen? Ja, ich hab's Winter so... Ich hab's über mich ergehen lassen! Weil das hat sich... Ah, John! John hat sich gewünscht, wir sollen beide Untot spielen! Also, Thresh und Vladimir hat sich nicht festgelegt wen! Ja, stimmt! Das hast du mir, glaub ich, erzählt, ja! Daris hat er gesagt, er will wenn dann Vladimir spielen, weil Thresh ist nicht so seins! Und jetzt hasst er Vladimir! Hey, John! Ja, es geht! John, pass mal auf! Du schaust diese Folge ja eh an, das weiß ich! Pass auf! Dann kannst du dir ja mal überlegen, was wir vier zusammen mal spielen sollten! Du kannst ja Winter dazu zwingen, dass wir zu viert eine Champion-Runde spielen müssen! Bitte nicht! Oh ja! Oriana! Geil! Tauschst du mit mir? Ja! Ich kann mit keinem tauschen! Dankeschön! Moment! Ich hab gemeint, das wechselt Sau! Was ist hier los? Ah! Will wer die Tristana? Jaaa! Äh, nö! Juuu! Sieht ja auch komisch aus, jetzt ist das kleine Nachfeld, die haben ganz schön viel verändert! Oh ja! Ich hab seit über einem Monat nicht mehr gespielt! Ich auch nicht, ja! Sie haben viele alten Splashes komplett geändert! Ja, ich seh's gerade! Oh, Lissin! Oriana auch zum Beispiel! Ja, Lissin! Ich hab mir grad gedacht, wer ist das? Tag 1380! Sie denken immer noch, dass ich blind bin! Lissin ist auch anders! Aber, aber, Leute, ihr müsst doch sagen, der neue Sion, der schaut ja genauso aus wie Garrosh! Schwer ich ja noch! Der schränkt sich wieder an! Er schaut aus wie Garrosh! Oh! Ein Spieler hat die Champion Auswahl verlassen! Warum spielt niemand Gallio, steht bei mir? Was? Gallio? Ja, das ist bei mir auch so ein Guide! Was? Bei mir ist alles auf! Das steht bei mir auch! Warum spielt niemand Gallio? Ach, hier! Warum spielt niemand Gallio Guide zur Artorial? Ne, bei mir ist da überall dieses Punkt, Punkt, das das Video geladen wird! Jetzt bin ich Syro! Domi, tauschst du? Was? Tauschst du mit dir? Dankeschön! Warte! Nein! Scheiße! Ich erhalte Klicks auf! Sexy Cut, da musst du nehmen! Ah, ja! Was? Fehler? Das Spiel wurde nicht gefunden? Ja, wo ist es denn? Er hat verlassen! Irgendjemand hat verlassen! Ja, wo ist denn das Spiel? Äh... Heidsmog aber Corners! Richtig! Oh nein! Nicht der Winter! Mit dem will ich nicht spielen! Einer von deinen Hater! Ja! Reiß! Reiß! Wer hab ich denn da? Reiß! Reiß! Ich freu mich auch immer so! Reiß! Ich kann den nicht! Nein! Ich glaub dich tauschst du mit mir! Tauschst du mit mir! Der Abio wollte grad mit mir tauschen! Aber ich hab nein gesagt! Willen wir Morde? Ja! Ich hab mit diesem Abio getauscht! Jetzt versuch das wahrscheinlich nochmal! Oh! Kartus! Der gefällt dir eh! Yo! Yo man! Jetzt gibt's! Flitzcrank! Das ist Flitzcrank? Oh mein Gott! He! Der Darius! Er hat gedacht, wer ist denn das? Oh mein Gott! Der Schauer ist wieder einer von Star Wars! He! Oh man! Darius und ich haben heute in der Frühe auch schon Arrow gespielt! Der erste City Sky is Gold! Da hab ich auch Rise gespielt! Wow! Das ist ja krass! Ich hab dauernd Kreise gemacht! Ey! Ich hab dir nur einmal einen Kill geklaut! Geh! In deinen Augen! Und dann kommt der Wind da immer so her! Riku! Weißt du heute früh das Spiel ja? Da hab ich so viele Kills gemacht! Oh ich war so richtig gut! He! Ich hab heute... Heute oder früher hab ich dich gar nicht gesehen! Riku! Ja! Ich hab dich jetzt runter gesehen! Und dann... Und dann äh... Hey Kugel! Ja und dann sagst du immer... Hm! Ich hatte so viele Küsse Riku! Das war so richtig super das Spiel! Und dann Darius der ist so schlecht! Der hat gar keinen gekillt! Ja ja! Ich weiß jetzt nicht wie ich schneiden werde! Deshalb kann es sein, dass ihr das gerade zum zweiten Mal hört! Denn... Ich hab den Anfang diesmal mit... Ich hab den Anfang diesmal mit... Ich hab den Anfang diesmal mit Fraps aufgenommen! Und Fraps hat sich beim Start vom eigentlichen Spiel äh... deaktiviert! Hä? Also die Aufnahme! Äh... Oh mein Gott ist das eine Robbe gewesen! Äh... Naja... Wer möchte denn die Gegner vorstellen? Ich nicht! Also da ist... Mais Tsum Tsui mit Tristana! Kiras Yas! Kaya Yas! Mit Jorik! Äh... Elendir mit... Ja war dem vierten! Dabuburö! Alex... Dabu... Dabu Enka! Dabu Enka! Dabu Enka! Dabu Enka! Unak Hatten Tamma! Ich sag mal kann es sein... Das ist immer schwieriger... Wie viele Leute nach rechts kommen? Mit Lichtbogen Varus! Und in unserem Team... Der Blaue Rice mit dem Winda... Moment... Abio spielt Kartus... Und Zadagnus ist unser Ziehengel... Laredir spielt den Schwarzen... Und Perlant spielt die Schmeißetante! So! Und jetzt gehts los! Wann gehts los? Die Schmeißetante! Wenn dann Wurftante oder Schmeißfliege! Eins von beiden! Ja? Ich tätiere ja zu Schmeißfliege! Ich mag Züge! Äh... Ich nicht! Aktuell... Nein! Nicht aktuell! Stimmt! Du magst aktuell keine Züge! Aber die haben den Streik ja jetzt beendet! Nein! Ja! Das war echt der... Krasse! Ich bin... Ich bin am Donnerstag bis ich erst am Viertel nach 9 Uhr abends heimgekommen! Obwohl ich schon seit 6 Uhr mit dem Zug weg bin! In der Früh! Dazu sag ich nur... Uchi Haxtana! Jetzt gehts los! He! Los gehts! Uchi Haxtana! Hab ich doch gesagt oder nicht? Nein! Du hast gesagt Uchi Haxtana! Oh Gott! Das ist so viel neu! Hier sind so viele Items die ich kenne! Das kriegt ihr gleich zurück! He! Ich glaube ich muss die... Äh... Für die... Ich muss die Stimme ein bisschen leiser schmachen! Schm... Und die hat schon nur richtig aufs Maul bekommen! Aber voll! Felina Aspekt! Bin voll schmierig! Ich hab nen Bug! Meine Lebensleiste in der... In der GUI ist unsichtbar! Ach das hab ich auch! Hat die auch schon mal! Hab ein bisschen was verwechselt! Ha! Treffer! Nein! Ja! Er ist das Blut! Kalt! Kalt! Das hab ich jetzt auf dem Band! Das war meiner! Kalt! Ja! Ich halt mich mal! Ich hab nen Haltung! Why do you have to be so rude? Weil du so was kriegst und wir da nicht ewig von den crowdingig! Der Schmutz der Menschen hier! Wo in den Dupsen wirst du? Wo ist denn der Dupfen? Ist denn der Handmeister? Er ist Whicit! Das wurde sogar in der Haare! Da ist wieder deine Packung! Dann kriegt die Medizin! He! Die hätte meine Überzeugung! schmieren ich schicke jetzt mal mein Ruhmkäfig auf für Darus, wenn er zieht, dass er dann hier gefangen ist Fack, mein Bildschirm wäre ich auch schon das ist ein Gegner als Kolding ist oder so immer während der Aufnahme würde sich mein Bildschirm ausschalten haha, dein Fluch so ein Zufall, oh jetzt bin ich aber leider alter 4 äh, was? ja genau, dann ziehe ich den den Haupthahn der begehrt den Horn das geht spazen alle sind Dinge den Vorteil trank Koro füttern ne Koro in die Fresse den hab ich, das ist meiner verlieben waschen tot ey, du bist tot ich hab ihn geholt hergezogen ich bin auch gleich tot ihr tötet ihn nicht da kann man aus ich dachte, wer hat ihn getötet nö ich hab ihn auch gemeint, er hat ihn getötet, aber dann war er nicht tot da steht er das ist keine verdammt ist das doch was ich ja, aber das Spiel ist zu 80% männlich in den Keller ja stimmt doch leider mit der Titten wahrscheinlich noch ach da hab ich den auch gezogen ich will nicht sterben ich will nicht sterben mach mal Schaden na 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 bis jetzt bin ich gar nicht schlecht ich zieh und zieh und zieh und zieh ich hab weder Mana noch leben du ziehst eine Leine nach der anderen hier jetzt hab ich meinen Standpunkt klar gemacht kein Kolbenfresser hier bleibst du nein der hat mich geblitzt den Krieg 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 du bist tot du bist tot du bist tot das ist los wie ich ihn den Krieg nicht da ist die Deploderin gewesen ja ich hab sie gesporten ja komm schon ich weiß es wir rutschen da äh ne Kugel geh mal für den Rest des Spiels auf Korb wie sonst geht's Moment was kann ich so ein richtig lucky shot kam da kann nur ausgewicnt und aus dem bau sprich ja ich hab auch festgehalten. Nein, ich werde gefütet. Hey, du blödes Viech. So, ein Moment im Blauen. Danke. Los, los, gehen wir. Ich habe keinen Mahner. Auf der Mini-Karte haben wir ja auch alles jetzt neue Symbole. Boah, stimmt. Ich muss gerade... Du hast gesagt, das habe ich gerade liegen. Wollte ich nur mal so anmerken. Schau mal. Niederle haben sie ja auch ein bisschen fände. Ich weiß nicht, ob du... Ja, sie hat andere Beschwörsymbolen. Ja, mit der Katzengestalt auch. Macht sie so einen Pfeil, ja, die benutze ich nicht. Ich benutze nur, ich benutze nicht. Haar ausgewichen. Also ein Aram ist Katzengestalter wie viel vom Arsch. Oh, schnell. System-Shot. Oh, oh, fast gestorben. Oh, komm, das war meiner. Ja, ich meine, der Fall lobt schon. Ja, ich hole mir jetzt mal eine Heilung. Nein, das tust du nicht. Doch. Doch, verdammt. Ich glaube, ich hole mir sogar eine zweite. Ich brauche eigentlich meiner oder das ist wieder keiner. Ich brauche auch meiner. Ja, das hat sich erledigt. Obt ihr damit klar? Ich darf nicht. Weil du musst so gut sein. So gut. I just want to dance with all of you. Das hat er ungefähr schon am Anfang geschrieben. Haar, man. Da schlägt er wieder zu, der Windernetz. 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 screwed. Und hier sind die einen schräg? Wen. Mach mal rennen, Demokraten! Okay. Ja, mac, toll! ummer, blöd billig Solltest du, ich glaub ich mal einen Godthy promoten. Halt mich nicht auf! Oh God, oh God, oh God. Den habe ich synchronisiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Danke. Ah, der Blänetz! Und nochmal машiner macht mir los! Vollgas! Ich hab dem A-Bio geheilt. Dann ist er schneller geworden. Ach so, jetzt seid ihr nicht weit. Ich geh hier auf Vollgas, auf Vollkontakt. Ich geh nur auf Vollkontakt mit meinem Speer an die Presse. Oh Mann, ich bin fast des Todes. Des Todes! Ja! Toil des Todes! Toil! Yo, da wollen wir ab. Mäh! Ich hab die Lippe auch festgehalten! Ich bin tot. Oh! Ich lanke ab! Ja, und ich hau ab. Jetzt hab ich endlich wieder Heiltränke. Oh, Wochenmeldet. Ciao! Und Marder! Heiltränke und Marder! Du hast die Lücke zu zubereitzt. Dann bin ich hingefallen. Ich hab Heiltränke... Hi, Cranker. Ich heim auch... Ich heim auch unsere Tank. Glück, Tank. Mein junger Typen ist so falsch. Ja, komm schon! Aufs Miezen gesteigt! Patsche! Speer! Okay, ich bin tot. Schmähkugel? Hier auf Varus! Mist. Hat nicht mehr geklappt. So, anscheinend hassen sie mich. Ja, das ist ja... Er geht sich aus der... Natur. Woh, verdammt, verdammt, verdammt! Ida, hasst mich. Ich hasse mich seit... Ich nicht, ich liebe dich. Ich hasse dich. Ja. Ich hab schon... Erachter dich, Meister. Nein! Lass mich in Ruhe! Ich bin kein Meister, ich bin eine Siege. Du bist... Du bist die Mechanzzieger, wie die Warte. Die Mechanzzieger. Lass mich in Ruhe! Ich hab gesagt... Domi, die... Die Supe! Die Supe! Die Supe! Nein, die Leblanc schon wieder! Mist! Wer ist denn der... komische Lucien? Ich? Der, der hier quer durch die Gegend schießt. Alles trifft, außer Gegner. Warum war er noch wer? Der hat sich aber geblitzt. Geblitzt-Grindt hast du dich. Ja. Alter, meine... Meine... Grabs hier... Grabsch jemand. Ob Mann oder Frau. Ob Mann oder Frau. Da ist er gestorben, dieser Abio. Der heißt Armo. Du Abio. Abio heißt er. Nein. Schau doch mal auf den Namen. Abio. Ja sag ich ja. Oh, fast hätte ich ihn gekillt. 31 Schaden. Toll. Das war ja wohl jetzt einfach meine Auto-Attack. Nein, 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 nein! Das war jetzt nicht so dumm. Ich hatte heute mit Vega 900 Fähigkeitsstärke. Was? Ach, der war ja schon tot. Der hat die Ult vom Dings abgekriegt. Nein! Haha, keine Heilung für Winter. Blut rein. Moment, ach ja stimmt, die kann ja heilen. Und du bekommst heute kein Bild Winde. Du bist nicht der GTNM. Moment. Das war in jeden Fall. Ich hab' noch nie angeschaut. Ich hab' noch nie angeschaut. Ich hab' gedacht, sie hat sich kein Stuhl ungewichtigt. Nein, Darius, schau ist das. Das ist der Choice auf Dominik. Woah. Ich hab' eine Idee für ein Video. Mann, ich bin schon dreimal gestorben. Voll schlecht. Okay. Okay. Und dann so. Nein, du warst scheiße. Ich will es nicht zu meinen Team. Nein! Gegner wurde getötet. Noch getötet. Not today, Varus. Kommt schon. Not today. Jawoll. Nein, da sind keine Mindestplätze mehr da. Komm näher, komm näher. Ich will dich da. Komm näher, ich will dich da. Gin. Nimm ihn, komm, nimm ihn. Er will es doch auch. Ach ne, nimm ihn. Woll auch nicht. Ich hab' ihn da von meinen Speer nicht. Wollt's ein Lörich berühren. Die Name ist für mich. Ich hab' ihn da in die Speer nicht. Ich hab' ihn da in die Anis gerammt. Nein. Altrank. Wir dominieren sich. Göttin. wir sind aber auch glaube ich alle fern...ja ok ja tschuldigung das ist der Typ macht das aber einen Schaden NEIN das hat der auch gerade gerufen, wo er gestorben ist der schreit immer so übertrieben ich sterb die ganze Zeit Mann, ich wollte ein... Hallo, wer hätte stehen gehen, hätte ich gewonnen hätte ich das Spiel gewonnen Ach Mensch, Jenny, ich brauch die Haltung, ich hab Berufsrisiko ich muss anderen Frauen ankaufen Äh, ich hab nen Heiltragen, ich brauche die gar nicht Hast du ne gute Lebensversicherung und ne Autoversicherung? Hauptpflicht fürs Auto muss alle steuern Ich bin gleich da, ich bin gleich da Ich hatte so ein Nummer geschickt Du frisst das Wo bist du angewendet? Bin gleich da Ich hab nur Saison-Kennzeichnungen, ich fahr grad schwarz BAM Braise Komm her, ich heil dir Ich bin der Mr. Fister Doppeltötung Passt Ja, du hast es gesagt, aber ich hab's gehört Was? Ich hab's gesagt Was? Gar nix hab ich gesagt Gar nix Du weißt du das? Oh, wüsste, er sind schon fast wieder kein... Er lasst einen Gruß hin Was ist das Schaun? Er begehrt den Haken Wahr hindertösen Ha, 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 Ha uell Gib ich noch eine Heiltrank er dränger? Die heile Gemüse Muschel HSC Ha, die eine umgegeiert. Nein, ich hab... Nein, verdammt. Ich begrabsche einen nach dem anderen. Ich habe schon so viele Anzeigen. Ich greife mal den Türm an. Töten! Ihr töten! So, greifen mal den Türm an. Du wolltest diesen Autos denken. Oh Mann! Vollgas! Komm, jetzt geh mal vollgas! Komm, der Turm fällt jetzt! Du bist hier! Boah! Ich hab gedacht, der Turm fällt jetzt. Ich hab gedacht, der Turm fällt jetzt. Ich hab gedacht, der Turm fällt jetzt. Ja, ich hab den Knopf gedrückt. Ich bleib! Immer dich sehr ausreden. Nein, ich hab wenig gedrückt. Ich wollte nach vorne sprinten. Ich mach jetzt endlich voll den krassen Schaden. Ich hab jetzt endlich meinen Start des Erzengels. Ja, endlich. Endlich mach den mal Schaden. So, ausies. Der andere geht da vorne ran auf. Du hast mich aufgeschossen. Du hast mich aufgeschossen. Du hast mich aufgeschossen. Das wirst du bereuen. Ich bin hinter dem und schlanker Roboter in Natur und Technik. Boah! Ich heil dich, mein Großer. Bist du verrückt? Warum macht der das? Keine Ahnung. Der hasst Roboter. Der ist von der Versicherung, glaub ich. Oh verdammt. Einer vom Treffnisbohr. Einer vom Treffnisbohr. Ah, sie wäre fast gestorben. Ja. Getötet. Oh mein Schild. Ha, angegriffen. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Ist dem die Wahrheit? Doppeltötung. Oh ja, nice. Doppeltötung. Ey, der Turm ist fast tot. Das hab ich auch schon mal gesagt. Jetzt ist er aber tot. Kommt ihr los. Jajajaja. Not today. Nein. Nicht der Turm. Ja, fast. Konnte sein Arsch, habe ich schon nicht gepasst. Nein, nein, nein. Ich vermisste ihn knapp gekommen. Er war geschmiert. Sind abgerissen. Nein, nein, nein. Ich hab die schon in meinen Fingern. Nein, nein, nein. Bleiben sie mit ihr. Da sind sie. Arschhube. Ja. Wow. Das war aber knapp. Also ich muss sagen, ich mach echt gut. Nein, nein, nein. Nein. Mist. Haltung zu meinem Dicken. Ah. Was? Ich hab nur dicke... Ich werde auch auf den Griff gehen. Ja. Doppeltötung. Ich hab nur dicke, äh, mit Haltung gerufen. Doppeltötung. Alle tot. Aber ich hab Varus noch mitgenommen. Rein aus Prinzip. Haha. Was macht denn der da? Ich leb gleich wieder. Schau, schau, schau mal. Schau mal den Yaman an. 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 Ich hab jetzt endlich Stiefel. Ich bin schnell. Wäre ich fast entschwitzend gekommen. Wer ist entschwitzend gekommen? Joah. Arbeit, Arbeit. Ich hab nicht. Für was wollen Roboter ihr mir heißen? So. Da sind sie. Schnappt sich euch. Da ist die Lupin. Schieß mal rein. Da an dir. Ich guck! Mein großer Stahl von Ruppe, mit einer Hand der Versuchung. Jo, jetzt hab ich ein Dreiganggetriebe. Nicht auf ihn gehen. Ja, ich hab grad alles auf Abfliegzeit. Hier ist ja immer ich da drin. Ja, das Verdungetan wurde getrunken. Lustig war's, dass sie auch mitgegangen sind und ihr habt zusammen wirklich zu sein. Schau. Hochbrot. Na, fein. Jetzt mal auf das Ding laufen. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Jetzt töten. Böse? Töten. Ich bin da, weil mich braucht. Ach, ich hab jetzt ein lichtige Umarmung der Serapen. Geht's? Alter, ich hab 13.8. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich hab 13. Nein, ich bin gut. Ich bin guter. Ich bin guter. Züge von guter. Geht damit! Da gehst drüber! Und tot! Boah! Er hat fast gestorben! Das war der Heel des Tages, ey! Schau! Du hast genau den Zeraden vom Turm weggehalten! Oh, das war richtig! Oh, das war richtig! Wie hieß der? Mais? Maische! Maisflödel! Maische! Deutsche heiße Schöneball! Gleich mit euch! Was kriegt ihr gleich Zahnen? Heiltrank trinken? Wir auflässt uns! Guck mal mein Pfeil, guck mal meine Hand! Darf ich dir mit überhöhter Geschwindigkeit ins Gedicht fassen? Nein! Ich hab gedacht, du reißt ne Arschhaare aus! Lichtgeschwindigkeit! Du hast den Knall und dann kommt meine Hand in dein Gesicht! Weißt du, wer kriegt das? Du kriegst leider so ne ganz anderer Bedeutung! Jetzt wär ich da gewesen und du kriegst keinen! Wollte keinen! Nein! Ich bin gestorben! Aber blöd für doch nicht geholfen! Gegnerische Doppeltötung! Die waren alle irgendwie aufgeschmissen über euch! Oh oh! Jetzt kann ich verpissen! Los Abo, mach deine Ult oder sowas! Ich mach dich platt! Wie viel Leben hat denn der Doppeltung jetzt eigentlich noch? 600 nur noch! Wär cool, wenn der Kartus mit seiner Ult nen Panther macht! Das wär echt cool, ja! Das wär Prämie! Ah, er hat die Tristana geklärt! Oh ja, er tönte dann doch einen! So! So, ich bin wieder am Start! Ich bin ja auch gleich! Ich bin fast da! Ich bin fast da! Nö! Nö! Nö, der war schon! Der war schon nochmal da! Jetzt füllen wir den Turm! Weitergang! Ich komm schon! Was macht man, wenn Dominik ja ein Jahr unfallfrei fährt? Dann zeigt ihm den zweiten Gang! Hehehe! Euer Team hat einen Turm zerstört! Und den Elibitor! Kommt ihr damit klar? Hast du gesehen? Er hatte Angst vor meinem Teil! Ja, Angst vor meinem Grappsch hinten! Ja, das glaub ich auch eher! Michael! опマ reading vaisうん. Das siehst du? Ich habe die Gabel! Das fängt jetzt Lfsack! слыш Frau Spannangen! partner äh! brecharen! Wollt Un Ja, ich hab mein Arsch gerettet! Halt er mich nicht auf zu diesem Ich hab mein Arsch gerettet, hier hatte ich nicht «Herobe Schweikka» Ach du Hör Gott! Blutrausch! Blutrausch gut! Nein, 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 Nein Guess koska, ich bin doch freudig! Ach Mist! Komm, 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 komm! Oh, voll daneben! Ich hab dich getötet! Das war nicht voll daneben, das war äh... Das war angelockt, damit er in meine Kugel... in mein Ding läuft. Genau! Richtig! Ich wollte die auch mal verlassen! Hm, naja... Mäh! 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 So, ich bin wieder da! Ich bin auch gleich wieder da! Ach, ich war gestorben, war schlecht! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Bin gleich da! Was sind wir da? Was sind wir da? Jetzt bin ich da! Oh! Jetzt geht's los hier! Kommt schon! Jetzt schmeißt du mir genau in deine Zielrichtlinie! Ja, 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 ja. Was ist? Pat Moritz! So wunderschön! Ich hab mal sehr weinen! So! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Alles Toi oder? Ja, alle todas killen wir die Türme! Ich bin unterwegs! Ich bin raus! Gleich noch einen Halt dran denken? Sie stehen! Ich hab voll viel Leben. Nein, 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 nein! Ja, 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 nein! Mit 200 Leben hat sie überlebt. Ich mach so viel wie du mit Vollgas hier im Busch. Du bist die Flensfeld, Natur gegen Maschine. Und getötet. Ich finde es irgendwie cool. Blitzcrank hat ein rundes Bild bei der Tötung. Während alle anderen ein vier Kickes haben. Ja, gleich haben wir gewonnen. Schätze ich mal. Ja, ich glaub ich schaff's auch nicht mehr wieder nach vorne. Mein Schild. Einfach nur episch. Der zweite Tür wurde zerstört. Ich hab noch mal alles versucht. Lass meine Freundin in Ruhe. Oh, okay. Bin gut. Bin gleich da, bin gleich da. Ich halte nach allen Kräften. So. So. Ciao. Nein! Ach komm! Ach komm schon, oder? Ja! Na dann, tschüss. Jo, jetzt hab ich gleich. Bin leider noch zu schwach. Ich bin leider noch zu schwach. Lauf! Der Geist hat dich gleich. Der Geist kann nicht mal. Das hat mir jetzt raus, da hat sein Ding besporen. Unterwegs. Das geht mir immer so. Irgendwie spielen alle ihre Dinger auch. Hehehe. Nein, sie haben unseren Zund zerstört. Tötet sie! Das nächste Mal vielleicht. Einen hab ich gewischt. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Bin gleich da, bin gleich da. Oh, ich bin allein. Los, mach dein Kult, wenn du siehst in die Erde. Oh Gott. Die beißen sich so in den Arsch, glaub ich. Ja, glaub ich auch. Das ist ja die Viertel. Das ist ja die Viertel. Alle tot! Nehmt einen von euch die Heilung. Ach, das ist ja der andere. Okay, Domi nimmt einfach alle Heilung. Soll ich die Viertel killen? Ah, da kommt Varus. Oh nein, der ist ja so eine große Bedrohung alleine. Ehehe. Ehehe. Der Bloor liegt auch wieder. Oh. Ehehe. 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 옆 gilt auch für mich. Und da hast du das auch schon gemerkt. Ja, aber warum? Ich weiß was nicht. Ja, aber warum? Ich glaub ich sollte Apoll. Ach, dass oh der da der Rico Monsieur. Ich bin auch da. Ja, ja. Falsches Ding! Falsches Ding! Nein, 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 Mist! Ich wusste doch, ich hätte er fahren sollen. Ja, ja, wenn ihr kommt, dann geht ihr meinen Stern. So, ach, den kann ich ja noch gar nicht kaufen. Dann behalten wir die noch. Kaufe ich mir noch ein paar dafür. So. Was kann ich denn? Diese Fack-Geister-Legse in seinem Hauptsack. Jawoll. Ich könnte mir dafür aber die Verzauberung hier kaufen. Mache ich das eben noch schnell? Ach, scheiß Geister. Ja, die sind ja echt von Nährstücken. Ja, mich nern nicht von dir auch. Ach, komm doch schon, das gibt's ja. Ein Verbündeter werde getrunken. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Los, los, gehen wir! Lebt er noch? Lebt er noch? Ja! Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Er lebte noch. Zieh mal zu mir. Ein Gegner wurde getötet. Ich habe ihn getötet. Ich hab auch ihn getötet. Ich hab Ars gemacht. Nur die Leblanc lebt noch. Kommt die töten wir noch. Die ist so schnell gestorben jetzt. Jetzt haben wir gewonnen. Ich hab jetzt nicht GG. Wieso? Ja stimmt eigentlich, die waren jetzt nicht so gut. Ich bin ein Rebell. Ja. Also es war ein tolles Spiel. Ich hab den 11 mal gestorben. Der Gerät gewinnt immer. Der Gerät macht 17.30. Ja, wir schreiben gerade jemand an. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Tschüssi. Ich muss schnell schiefen. Mach das.